Ja, ich habe Zocken im Stehen eingelöst. Habe ich bestimmt überlesen. Habe ich bestimmt überlesen. Mach ich gleich. Ich wollte eh gerade aufstehen, mir einen frischen Kaffee holen, dann kann ich das gleich nutzen, indem ich den Tisch hochfahre. Ja, ja. Ah, genau. Arty, Alter, was ist denn mit dir? Schon wieder nicht richtig. Was ist denn mit der Arty? Warum ist die denn so? Katzenklo, Alter. Ey, Tino King, moin moin und vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen. Ey, wisst ihr, was ich total kacke finde? Was hat die mir jetzt eigentlich die Schusslinie verschaut hat hier, ne? Kabuto, grüß dich, moin. Du macht mal... Ey, die Arty war der Wahnsinn, oder? Ja, das kann natürlich sein, dass er gedacht hat, der sitzt im E4, ne? Aber ich bin ehrlich, ist mir auch schon mal passiert. Ich dachte, ich sitze im Scout und fahre wie ein Blödmann vor und stelle dann fest, scheiße, ich bin ja ein TD. Naja, gut. Weil wir hin schon wieder da drüben, die Seite. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie bös erwischt. Wer ging frei durch ihre Panzer rum? 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 Er ging frei durch ihre Panzer rum. Genau. Ja. Kette beschädigt. 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 Kette beschädigt.